Herzlich Willkommen in der GTA-RP-Szene mit Farood a.k.a. Okay, Gangban, let's go, wieso seh ich immer noch so aus wie ein Kelp Digga, erst mal umziehen, gar kein bock. Hallo? Ja? Achso nein, egal. Digga sucht mal welche Junge. Warte, ich gönne dir, dass du deine 7.000 verloren hast. Okay. Gangban, was machst du? Nein. 1.000. Bro, wie viel Prozent hat der, wie viel Prozent er dann behältst du immer und wie viele gehen immer an Twitch? Habibi, ich hab gar keine Ahnung Digga, ja. Irgendwie nimmt ein Anteil da und da ein Anteil, ich hab keine Ahnung Bruder. Ich recherchiere das gar nicht so nach so, weißt du. Ich krieg das, was ich so krieg. Aber auf jeden Fall krieg ich schon mehr. Ich muss jetzt nicht so abdrücken oder so. Keine Ahnung. Lass mal umziehen Digga. Hey Jungs, ich brauche eure Hilfe. Oder eigentlich brauche ich jetzt eher die Hilfe von unseren guten Damen. Ich brauche einen geilen Style so. Ich glaube es wird mal wieder Zeit für ein Hemd. Nicht mehr so Jogging. Oder sollen wir wieder so Jogging? So chillig oder edel? Chillig oder edel, was sagt ihr? So ein Hemd, so ein goldener Versace Hemd. Mentix, ich küsse dein Herz, Bruder. Dankeschön Habibi. Für deinen ersten Monat. Ich küsse deine Augen. Chillig, edel. Schaut mal. Ich fand ehrlich gesagt diesen Style letztens mit dieser roten Hose und diesem Oberteil eigentlich richtig chillig, ich schwöre. Und ich bin eh so voll der Jogginghosen, Mensch. Ich trage 90% in meinem Leben eh nur Jogginghose. Deswegen können wir ja vielleicht, schaut mal, ich schlag euch jetzt mal was vor und ihr sagt einfach ja oder nein. Ne, das sollte schon ein gemoddetes T-Shirt sein Benji. Oder? Was sagt ihr? So ein Gucci? Was sagt ihr Gucci? Passt oder nicht? Mit weißem Hoodie. Ein Hoodie. Warte, Bruder. Es gibt doch so ein... Es gibt so einen geilen Hoodie, Digga. Das ist des Palm Angels. Ah, das hatte ich schon zu oft an, Digga. Es gibt doch so ein Hoodie. Bruder, ne. Bruder, so Oversize ist eigentlich schon geil, Digga. Ich lieb so Oversize, ja. Ich sag euch wie es ist. Aber wir können... Schaut jetzt mal, warte, ich schlag euch kurz was vor. So einen auf Jogginganzug, so weißt du. Was sagt ihr? Ne, ne. Was sagt ihr? Ne, oder? Chillig. Nein, okay. Okay, wenn ihr sowas wollt. Wie wärs mit so einer Jacke so? Oversize Jacke? Auch nicht geil, es ist auch nicht gut. Diese Nike war eigentlich richtig geil, Bro. Das war richtig geil, aber... Das hatte ich schon drauf. Aber wir können nicht Nike nehmen, sondern das hier. Was sagt ihr so? Das sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Das passt auch zum Auto so, weißt du. Hoodie... Gescheiten Hoodie finde ich jetzt nicht, Bruder, weil ich... Sonst dauert das mir zu lange, weißt du. Ich denk das passt eigentlich schon so. Ich glaub die Mehrheit war auch jetzt dafür. Kette... Machen wir... Die zwei sind wie dein Drogenrausch. Ich zegrüße... Machen wir das hier, Digga. Bruder, du bist der Beste. Ich liebe deine Sünden. Mach weiter so. Fabu, ich küsse doch dein Herz, Bruder. Dankeschön, Habibi, für deinen Support. Du weißt Bescheid. Aslan, meine. Vielen, vielen lieben Dank. Kette nehmen wir einfach. Die hier, Digga. Das geht. Passt. Okay. Uhr passt. Das passt auch. Das passt auch. Das passt auch. Halas. Ich kauf das einfach. Ich möchte jetzt auch hier nicht, Ding. Ich möchte jetzt hier auch nicht, äh... Scheiße, Digga. Ich hab kein Geld an meinen Akkuem. Ey, hast du vielleicht 50 Dollar da? Oder? Bruder... Kann ich den vorgeben, warte. Komm her. Scheiße, Alter. Ich hab... Ich hab die ganzen Millionen, äh... Zuhause vergessen. Alles gut, Bruder. Ja, die Mütze muss ich ja in einem anderen Geschäft... Bitte schön. Dank dir, Mann. Dank dir. Damit du genau vor mir jetzt bist, Digga. Egal, Scheiß drauf, er hat 20 Euro, äh, 20 Dollar gegeben. Das ist cool. Yo, Digga, ich seh dich, ich seh nichts. Ah, warte. System ausgedribbelt Was ist diese scheiß Kette Warum ist jetzt die Kette Das ist gut Okay, was haben wir, haben wir was vergessen Nein, ne, okay, passt, Schuhe, alles Okay Das sieht gut aus Das sieht gut aus, tamam, passt Tamam Mütze Mütze muss ich hier Mütze muss ich hier loswerden So, alles weg Okay Wir sind ready So, jetzt ist die Frage Wo ist Paco Ich sehe gerade, wie viel Geld du hingeben hast Ja und, das darfst du sowieso nicht Das darfst du sowieso nicht anwenden Halbo, ich küsse dein Herz Was ist hier los, ja Let's go, let's go Dann nochmal kurz ein bisschen Geld abheben Ist doch egal, wollt ihr nur sagen Alles gut, ich mach nur Spaß Ist eigentlich PA jetzt schon auf Bande oder nicht? Ich küsse dein Herz, Bruder, ich küsse dein Herz, Bruder Hey, du gibst sowieso kein Geld, ich hab eben gehört, du hast ein Lambo in der Erde Hey, was geht, was geht Alles gut, wie läuft das Geschäft? Okay, Affe, wie geht's dir, Affe? Hey, wie geht's dir, Bruder? Alles gut? Hey! Ah, schau mal, wer da hier ist, Alter. Seit zwei Tagen. Seit zwei Tagen höre ich nichts von dir, du kleiner Locken-Kopf. Wie geht's dir? Gut, mein Bruder. Wie geht's dir? Ey, Faru, du pack mal dein Auto. Nee, nee, Bruder, das ist besser für... Ja, ja, lass, lass. Vertraue mir, Affe, Affe. Vertraue mir. Hallo, hallo, Faric. Hallo, Faric. Ah, Pinguin. Ist Pinguin jetzt bei Cousins? Da, was? Das zieht sich an wie... Ich bin... Gibt das schon noch Pinguin? Serienkiller. Du bist Serienkiller. Vielleicht in der Sesamstraße, aber nicht hier. Wer ist denn das Mädchen? Was? Ich bin Olga. Oh, Olga, wie geht's dir? Ah, Olga, okay, du siehst mir ein bisschen anders aus. Ich glaube, ich habe dich, glaube ich, lange nicht gesehen. Ach so. Ah, da ist doch die Olga. Ja, jetzt bin ich wieder voll und ganz für euch da, Junge. Ey, Faru, ich würfel jetzt eins gegen eins mit dem Ferrari, komm mit. Oh, mein Ferrari? Das muss mir okay werden. Der würfelt um meinen Ferrari, okay? Ja, das hört sich doch interessant an. Moritz, wir würfeln um 5000 Dollar. Der würfelt einfach um meinen Ferrari, am Anakouem. Tolga. Jörgla, eins gegen eins. Eins gegen eins, doch besser. Weil der wird eh verlieren. Jürgen, würfelst du jetzt um meinen Ferrari? Ja, eins gegen eins im Ferrari. Entweder gewinnt er den oder ich sein. Krass, okay, da bin ich mal gespannt. Also ich habe gerade schon 450.000 gemacht. Ey, ich habe gehört, Vargos hat dich weggefickt. Nein, nein, nein. Sag, ich habe Vargos, seine Mutter, durchgenommen. Ich habe Vargos, seine Mutter durchgespielt. Du kleiner Wichser. Ey, ich habe gar nichts gesagt, ey. Halt deine Schnauze. Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, du hast Vargos weggefickt. Ah, der hat gesagt, du hast Vargos weggefickt. Soll ich ihn abknallen, soll ich ihn abknallen, Jürgen, sag du. Der hat dir Props gegeben, der hat dir doch Props gegeben eigentlich. Aber dieser Seitenscheitl regt mich auf. Er mich auch. Hast du eine Mütze? Ja. Ja, dann zieh die mal auf. Ich habe die verloren, jemand hat mich, ich habe die verloren. Oh nein, ich habe die doch hier. Na, so ist das besser, okay. Alles klar, Jungs, ich wollte euch nicht aufhalten. Macht weiter mit eurem. Ey, wo ist der Attisch? Wo ist denn der Attisch? Enver, danke schön, Habiby, für deinen Prime-Up-Bus. Hey, Vargos weggefickt. Oh, da macht sich jemand warm. Was ist das, Dicker? Ich komme rein, die Wiffel und Ferrari und so. Ich bin mit der Wiffel gegen die Sprechbillen. Ich bin mit der Wiffel gegen die Sprechbillen. Ich bin mit der Wiffel gegen die Sprechbillen. Auf der anderen Seite. Jürgen. Habt ihr den, Attisch? Wo ist, wo, um welchen Ferrari geht es? Da, da, um den gelben. Das ist der Ferrari, um den es geht? Ja, ja, ja. Bist du bereit, Attisch? Bruder, halte mein. Warte mal. Kann man nicht. Warum habt ihr alle Waffen, Bruder? Wallah, was ist das? Ah, tut mir leid, das ist wegen Sicherheit. Bist du bereit, Attisch? Attisch, Attisch, Bruder, ich bin bereit. Attisch. Bereit bin ich nicht, ja? Attisch, hör mal zu. Du, äh, wie kann ich den Ferrari gewinnen? Oh, einen Ferrari? Ich ton ganz weh. Aber mach ich, dass ihr nicht im Weg steht. Was? Faru, es geht um eins gegen eins gegen den Ferrari. Und gegen den... Also, wenn er nicht gewinnt, kriegt er mein Ferrari. Ach so. Oh, das ist ja dann richtig spannend, Alter. Jürgen, wenn du überlegst, Bruder, das ist da vorne, ist auch mein alter Ferrari. Ja, ja, also wie gesagt, du kannst... Du hast es gesagt, Alter. Also, mein Lieber, drei Würfel, drei, first of three, jetzt geht's los. Soll ich auf Wurrus spielen? Warte, lass. Hey, hey, hey. Wartet mal, beruhigt euch mal kurz. Bruder, mach mal. Bruder, man lebt nur einmal. Bruder, Glücksspiel. Glücksspiel, Bruder, soll ich machen? Aber ich stelle euch mal vor, ich gewinne. Also, drei, zwei, eins, Jürgen, Bruder, bock. Ich, warte, 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 10, 10, 10. Ist gleich, ist gleich. Drei, zwei, eins, los. Oh, meinst du zugegangen? Meiner? Oh, meinst du zugegangen? Oh, meinst du zugegangen? Oh, meinst du zugegangen? Erste Runde. Erste Runde. Das geht gar nicht. Drei, eins, los. Auch meiner. Auch meiner. Oh, meinst du zugegangen? Ja, dann hat er gewonnen. Dann hat er gewonnen. Hey, der zweite, drei Runden, Bruder. Ui, Ui, Ui. 2-0, 2-0. Oh, jahlelein. Ja. Hau ab. Hau ab. Jürgen hat einfach verloren, Digga. Jürgen hat einfach verloren, Digga. Mein Herz pumpt. Warte mal, Atis, du hast jetzt einfach Ferrari gewonnen. Zweite. Bruder, fahr mal weg, Lupa, bitte. Hey, Atis, willst du, sollen wir, sollen wir, sollen wir Ferrari um Urus machen? Ach, Ding, geh mal weg vom Auto, warte. Oh, Ferrari, Urus ist auch hart. Fahr, fahr bitte. Hey, Atis, ich geb dir 500.000 für eine Ferrari. Du verlierst zu 99%. Bruder, ein Ferrari wär schon schmackhaft, Digga. Hey, Lupa. Atis, mein letzter Freund. Jürgen, du hast ihn einfach geflogen. Jürgen, Jürgen. Hat er jetzt wirklich verloren? Jürgen, 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 Jürgen. Hör mal zu, hör mal zu, Jürgen. Ich mach jetzt, ich mach jetzt Wette gegen den, ein Ferrari gegen meinen Urus. Okay. Aber wenn ich verliere, dann knall ich ihn einfach ab. Ja, mach den, ich will weg. Ey. Der wechselt einfach zwei Ferrari. Okay, wir machen. Kalender. Alles gut, alles gut. Atis, Atis, komm, wir machen auch Wette, Atis. Atis, mein Urus gegen dein Ferrari. Komm, Atis, mach mal nicht so, Mann. Oh, Atis, oh, Atis. Du hast zwei Ferraris, Alter. Was ist los mit dir? Atis. Atis, du musst Scherz geben, Schuld zu gewinnen. Du musst jetzt gegen Ferrari. Ja, Atis, komm, Urus gegen Ferrari. Oh, mein Gott, Bruder, wenn ich verliere, ist Feierabend. Tadash, ich küsse dein Herz. Heilak, Schamlar, mach weiter so, Bruder. Ich küsse deine Augen. Atis, Atis, schau mal, wir können es ja so machen. Wir würfeln, bis einer ein Paar hat. Dann geht das auch ein bisschen länger. Mann, Bruder, das haben wir früher immer zurück und hat direkt erst die Runde gezogen. Ja, aber du kannst auch wieder gewinnen. Boah, bei uns. Soll ich nicht machen? Doch, mach, Bruder, mach. Mach doch. Mach doch. Ja, ich sag doch, Alter. So ein Ferrari, Ferrari und ein Urus, das wäre schon geil. Mach, du gewinnst doch her, Alter. Ey, was ist das denn? Bruder, wenn ich verliere, ich raste aus, Digga. Ey, Atis, Atis, Atis. Ey, geh, geh. Was? Ach, mach, ne, ich sag dir ehrlich, Alter. Wenn ich das verkacke, dann ist es bei Feierabend. Ey. Kannst du mich, kannst du mich, Jürgen, Jürgen. Oh mein Gott, 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 Bruder, ich weiß nicht, ob ich es machen soll, Digga. Ey, hol ihn dir, Fahrrad. Was soll ich machen, Digga? Das ist mein neuer Trick. Okay, wartet, Jungs, es muss Ruhe herrschen. Es muss Ruhe herrschen, warte. Ich muss jetzt kurz, äh, erstmal überlegen. Ich kurz Würfel, warte, wir machen zwei Würfel, ne? Bruder, wir machen so wie bei Jürgen gerade. Wie war das denn gerade? Drei Würfel, drei Würfel. Best of drei, best of drei. Ihr hättet Pasch machen müssen, das ist spannender. Nein, das geht, das kann schneller. Das geht schneller, ja. Aber wir machen, wir machen nur ein Würfel. Nein, Bruder, drei Würfel, oder? Okay, time, time, time. Warte. Aber warte mal, ich kann, ich kann nicht würfeln, Digga. Warte mal. Warte mal. Du musst mit deiner Arm in deine Tasse rein, dann holst du raus, ah. Das ist ja Neandertal, oder was? Wie hast du dem das denn erklärt? Amigo, der versteht das so. Warte, warte, ihr macht nur ein Würfel. Ja, Bruder, ich zitter immer noch Arme Nacken. Ja, zitter, mein Lieber, zitter nicht. Ey, ich kann nicht würfeln. Warte, Bruder. Gott will nicht, dass du würfeln, verdammtes Seisse. Ah, okay. Also, wir würfeln nur mit einem Würfel. Alles gut. Jawohl, Eingriff frei. Guck mal, guck mal, wie er sieht. Nein, 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 er wollte doch nur gucken, alles gut. Ich weiß, Bruder, ich sage auch, Bruder, 10. Ich schwöre, Arte, heute Abend reichstämme an der Insel. Drei, drei, drei. Bist du bereit, Farut? Ich bin bereit. Drei. Warte, Musik, Musik. Wie viel, warte, wie viel Runden, wie viel Runden? Drei Runden. Best of Street. Okay. Best of Street, das hast du zweimal gewinnt, hast du gewonnen. Okay, let's go, let's go. Drei, zwei, eins. Yallah, Farut. Oh, nein, nein, nein. Nein, Digga, nein, 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 nein. Warte, 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 ich mach schnell, ich mach schnell. Ich hab, ich hab, ich hab auch. Drei, ich hab drei. Ist ja nicht schlimm. Okay, warte. Er denkt, er hat gewonnen. Eins. Eins. Eins, eins. Eins, eins. Eins, eins. Also, das Letzte entscheidet, oder wie? Ja, ja. Okay, let's go. Let's go. Drei, zwei, eins. Yallah, Ruh. Yallah, Ruh. Jawoll, jawoll. Jawoll, Bruder. Jawoll, Abibi. Ferrari am Manakoyim. Ferrari am Manakoyim. Gib mir den Ferrari, Digga. Jawoll, Bruder. Jawoll. Jawoll, Bruder. Jawoll. Ich schwör, das ist es, Digga. Das ist es, Digga. Warte, ey, ihr müsst ein bisschen nach hinten. Ihr müsst nach hinten. Bruder, wir haben das System gedribbelt. Am Manakoyim. Boah, Bruder, meine Hände. Ich schwör auf alles, Digga. Ich schwör. Fahr zurück, mach das alleine. Fahr zurück, fahr zurück. Bruder, was für ein Adrenalinkick, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott, wir haben Ferrari, Digga. Hast du? Ja, ich hab Ei. Arte, tut mir leid, Junge, aber schade, Alter. Komm, es tut dir leid, lad. Arte, willst du noch einmal ein Ferrari verkaufen? Fahrrad. Ja. Absolut. Was macht denn... Alter, Jürgen, meine Hände. Jürgen, meine Hände. Ich schwör auf alles, die zittern. Bruder. Bruder. Jürgen, die sind blau, Digga. Malakoyim. Ey, Scheiße, Alter. Wir haben Ferrari, Alter. Aber du willst nur mit Atech sein Ferrari. Ja, komm, lass uns mal eine Runde drehen, Alter. Warte, warte, Atech, hör mal. Hör mal, hör mal. Hör mal, Atech. Atech, hör genau hin. Hör genau hin. Buche Bittschens mit guten Titten. Ich will sie nach dem Shooting ficken. Alter, Mann, lutsch bei Jugendlichen. Damit sie dir Feature-Spuren schicken. Ja, Bruder, Ferrari. Aber warte mal, ganz kurz aussteigen. Was? Ich verstehe dich nicht. Musik ist zu laut. Du musst ganz kurz aussteigen, Cousin. Du musst ganz kurz aussteigen. Okay. Ja, warte. Und dann? Alter, das geht ja richtig ab. Du musst mal kurz deine Beine vertreten. Ja, aber so mal springen hier ganz kurz. Ja, Mann, Beine lockern. Alter, der geht ja richtig ab, Mann. Bruder, der fährt 400 oder so. Was? Laber doch. Ey, endlich nie wieder mehr von Agent Link diesen Bastard abgeknallt werde mit diesem Auto. Bruder, du hast absolut Plus gemacht, Bruder. Warte mal. Ich muss mal kurz deinen Sound hören, warte. Ja, mach mal. Warte. Bruder, der hätte doch eh die Kugel bekommen. Uff. Geil. Geil, Alter. Der hätte doch eh die Kugel bekommen, Bruder. Hä? Ja, Alter. Geil. Warte mal, der geht richtig ab. Der ist sogar Fulltune, glaube ich, ne? Ja, ich weiß nicht, aber der geht auf jeden Fall gut. Ja, der ist doch Beläsch, Bruder. Der Ates war kurz Multimillionär für ein paar Sekunden. Jetzt ist er wieder nur noch Ferrari-Fahrer. Ja, man, endlich habe ich mal ein Auto, was auch über 300 fährt. Oh, das Ding geht ab. Wo siehst du mal? Oha. 350 fast. Ja, ich habe doch gesagt, fast 400. Das ist jetzt dein, äh, dein, dein, äh, wie nennt man das? Auto, wenn du auf Dates gehst, oder? Pah. Jürgen, Alter, ey, du glaubst gar nicht. Meine Hände zittern immer noch, Alter. Ey, weißt du, was für eine Wette das war, Alter? Oder bei uns noch genauso. Ich habe doch eins gegen eins auch. Ferrari gegen Ferrari. Nur weil das Looper seiner, nicht meiner. Pah, Alter, wir haben einfach jetzt Ferrari, Mann. Wir haben alles gefickt. Geil, jetzt lasse ich den erst mal gleich in, ich glaube, ich mache den in rot oder in schwarz. Nein, dann mach deine eigene Frage. Mach mal Abstimmung, rot oder schwarz. Dass jeder weiß, ey, das ist Farid sein Ferrari. Ja, ist auch richtig, schwarz. Ja, ja, ja. Das musst du nicht, ich mache ihn in Gold. Ja, ja, ja. Mach mal Abstimmung, Gold oder Rot. Ah, nee, oder wartet, Jungs, wartet mal Abstimmung. Weißt du, was passen würde bei dem Wagen, sag ich. Was denn? Wie bei deinem Urus. So ein bisschen rötlich. So ein rot, meinst du? So ein richtiger Ferrari, rot? Ja, ja, ja. Bruder, das ist dein Auto, wenn du auf, wie heißt es, die schicksten vernaschen willst, Bruder. Jürgen, ich bin auf 360. Guck mal, 3,80 gleich. Oha! 3,70, 3,70, 3,80. Oha! Alter! Ich habe doch gesagt, das Ding geht ab, der heult gerade, innerlich. Ey, der hat den größten Fehler gemacht, den er machen kann, Alter. Ja, jetzt haben wir endlich Ferrari. Ja, Mann, jetzt fahren wir Ferrari, Bruder, Rory. Du luppert keinen mehr. Ja, Mann. Babyblau? Sollen wir Babyblau machen? Babyblau oder... Warte, wir gucken jetzt. Sein Auto ist full-tuned. Ich glaube auch, dass das full-tuned ist, der geht ja richtig ab, Alter. Lass mal gucken, lass mal jetzt gucken, was der Preis ist für Unlack hier. Ey, ja, mach mal. Dieses Geld. Ich will doch hier nicht mit einem Taxifahrer verwechseln. Ja, ja, genau, genau, genau. Aber wie gesagt, er soll erst mal sein eigenes Auto reparieren. Da ist er doch bestimmt, der Attisch, ne? Boah, das wird ihm jetzt aber wehtun. Wir warten, wir wollen von Attisch behandelt werden. Sascha, mach mal, mach mal Abstimmung, Babyblau, Babyblau, Rot, Weiß-Matt, Schwarz-Matt. Und mach irgendwelche anderen Farben so, nach deinem Motto. Grün, Orange, Türkis, so irgendwelche, dann sollen die gucken. Eine Minute Zeit. Ach, der ist verloren. Ey, mach mal zum Fahnd. Der muss uns die Farbe draufklatschen. Mit Liebe. Das wird ihm wehtun, Bruder, Safe. Der macht da irgendwie einen Kratzer rein. Ja, ja, weiß was, mach so. Wir wollen mal alle Farben ausdecken. Ja, schauen wir mal, wir testen alle, wir schauen die Farben an. Wir wissen ja, welche Farbe wir nehmen wollen, aber es soll richtig bluten. Was sagst du dazu, Cousin? Ja, das hört sich doch gut an, Alter. Ey, einfach so. Ey, ich sag euch ehrlich, ne? Das Glücksspiel kann echt süchtig machen. Ja, ja, und Familien zerstören, muss ich echt sagen. Weil die Alte vom Atec wird heute auf jeden Fall sterben. Ich will jetzt gleich nach Hause gehen auf Raki und seine Frau bearbeiten. 100 Prozent. Ey, ich hätte dich da verloren, Alter. Das wäre echt krass gewesen, Alter. Ich schwör's dir. Mein Urus wäre... Ey, Jürgen, mein Urus wäre weg. Ich müsste mit Sultan fahren. Nein, ich hätte dir meinen Turus wiedergegeben, den du mir geschenkt hast, Cousin. Das wäre trotzdem scheiße, Alter. Aber ich denke, Rot wäre eigentlich schon passend für einen Ferrari, so, weißt du? Ja, wir gucken einfach mal, Cousin, was für diesen Wagen stehen sollte. Wir lachen uns lange, 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 lange. Das sind so Schweine, die quälen den jetzt. Wann kommt, wann kommt Attisch? Der soll mir die Farbe machen. Okay, dann geh ich noch kurz hier pissen. Ja, ja, komm, geh nochmal pinkeln, Bruder. Da ist er doch, da ist er doch. Da ist er schon, Bruder. Ey, Attisch, Bruder. Attisch, ich möchte gerne meinen neuen Ferrari lackieren. Ja, ja. Du weißt, was die Kosten sind, ne? Ja, ja, das bezahle ich von deinem Geld, das du mir vorhin gegeben hast. Oh, warte kurz, ich hab noch was Besseres. Ich hab dich auch 400.000 oder so abgerät beim Würfeln. Ich zahl mit deinem Geld, zahle ich dann auch diese Lackierung. Mach, Bruder, warte. Ja, ja, haben wir die da. Steig mal da schon mit deinem schönen Göttverender da rein. Soll ich was sagen, Jürgen? Zeig dir, was du drauf hast. Warte, ich geh noch kurz pissen hier. Ich piss einfach hier in die Ecke. Soll ich was sagen, Bruder? Der Bruder muss pinkeln. Bruder, soll ich dir was sagen? Trotzdem hab ich den in dem um 500.000 stecken. Ich schwöre auf alles, dass wir so einen Adrenalinkick haben, aber wir haben es geschafft, Dillon. Lupa, nicht ich, das bockt mich eh nicht. Ich hab einen Fuhrpack bei mir, ich kann nochmal zehnmal lieber Fähre machen. Du weißt, wie dreckig ich sein konnte und hätte gesagt, Bruder, der erste Würfel zählt mit eins? Hör mal zu, das hätte doch nicht. Hör mal zu, hör mal zu. Das hätte gar nicht zählen können, Bruder. Doch, doch. Nein, 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 nein. Hör mal zu, mein Lieber. Ich sag dir eine Sache. Hör mal, genau. Ja, ja. Komm, der Farus hat bestimmt was vor, mal gucken wir mal, was wir fahren hängen. Ja, soll ich was sagen, Bruder? Ja, der kann aber auch viel sein, siehst du. Ja, ja, wem, Bruder, können Sie es nur kurz nicht schreien? Ja, wir haben auf jeden Fall Geschichte. Dann verpiss dich hier raus. Wie uns im Brotschubis. Hör mal zu, es geht hier gerade um Atex, um Farus. Ja, aber schrei doch nicht, Bruder, ich versuch zu telefonieren, ich küsse dein Herz. Bruder, wenn du telefonieren willst, geh doch mal auf die andere Straßenseite, was ist mit dir los? Ihr wird Trash-Talk gerade, du machst hier alles kaputt. Ja, bitte, Bruder, geh mal bitte rüber, ich küsse dein Herz, geh mal bitte rüber, Bruder. Hey, Kaliente! Hey, Farus, ich glaube, wir müssen Kaliente wegmachen, reicht jetzt, Hallas. Der übertreibt sich in den Lanz. Ja, ich hätte so schön Zweifel. Ey, Bruder, ich bin late, nicht Farus, ne? Ich weiß, mein Bruder pisst gerade alles voll. Hallo, Karus. Achso, hallo. Hey, ist dein Ernst? So, ich musste kurz pissen, Alter, ich war kurz... Ihr ist alles voll mit Pissl. Ja, ja, tut mir leid. So, Attisch. Farut, wie machen wir denn? Bruder, als allererstes, ich möchte dir danken, dass du auch dann deine Wette angehalten hast. Und nicht abgehauen bist. Ein Mann ein Wort, ein Mann ein Wort. Ja, richtig, richtig. Natürlich, ein Mann ein Wort, richtig, richtig. Mach mal... Warte mal, was hat gewonnen, Digga, Abstimmung? Rot, ne? Ja, ja, zeig mal. Guck mal, warte, Isak. Erstmal reparieren wir mal. Boah! Alter, die... Alter, sogar Silber sieht geil aus, Alter. Das ist... Bruder, lass mich kurz mal... Ja, aber dann sieht man die Streifen hinterher nicht. Warte, lass mal Attisch reden, ja. Du hast zwei Optionen. Einmal diese Option, Bruder, ohne dieses Design. Den kannst du nach Wunsch färben. Diese Farben, Bruder, das, 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 mit diesem Streifen kannst du nicht färben. Nee, ey, scheiße auf Streifen, scheiße auf Streifen. Die Streifen will ich sowieso nicht. Warte mal, mach mal diese Rot-Schwarz, mach mal die... Aber, ey, Farud, Chica hat das. Ja, Chica hat das. Dann ist es nicht das... Dann will ich das nicht, Alter. Wenn er Geld macht, dann ist Italien-Flacke hinten. Ja, das will ich aber nicht. Ey, lass ihn doch mal quälen, lass ihn doch mal quälen, dann. Ja, okay. Mach du ein Kal-Flacke, amigo. Äh, warte mal, mach mal... Mach mal... ...komplett Rot, also ohne dieses Schwarz. Ja, dafür muss ich erst Design ändern, das kostet 210.000. Bruder, ich schwöre auf meinen Tod... Ich schwöre auf meinen Tod... Warum, das kommt mir vorne vor den Schlussstammel? Ja, Bruder. Das Auto kannst du noch mal für 210 kaufen. Bruder, was sag ich, Bruder? Deswegen hab ich doch den von euch behandelt. Du hab den gegeben. Okay, mach mal, mach mal Baby-Blau. Mach mal Baby-Blau. Bruder, dafür muss ich doch das erst anbringen, Bruder. Mann, mit... Ja, mach, mach, mach. Änder um und mach Baby-Blau. Das ist das Original. Warte, wer kriegt Rechnung? Ich stimme muss... Ja, jetzt warte mal. Achso, nee, gleich kann... Vielleicht will ich auch den Streifen behalten. Ja, Bruder, kann ich doch nicht... Das ist Karbos. Lass den Streifen, Bruder. Ich zeig dir, Bruder. Guck, 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 warte, warte. Mach mal Baby-Blau. Was kostet das? Guck mal, wir haben hier diese Option, wo ihr seht, Bruder. Aber der Grüne ist auch stabil. Äh, 5.000. Guck mal, warte, es gibt einen blauen... Es gibt einen blauen Bruder, und das ist... Motor-Tuning, was kostet... Motor-Tuning, was kann er da sein? Ja, Bruder. Oh, der ist in Stabilos. Ach, andere Farbe kann man nicht machen, ja? Achso, Jungs, ich muss erst Design wegmachen. Und wenn ich Design wegmache, wie sieht das aus, wenn ich Design wegmache? 220.000. 200.000, guck mal, wo hin? 200.000. Bruder, nur diese Sticker... Soll ich das machen, Digga, diese Sticker... Soll ich das machen, Jungs? Farbe kostet 30.000, Bruder. 230.000 für Farbe und... Und dieses ist nicht zu viel, weil das Auto viel kostet das neu. Das ist auch kein Geringverdiener, Auto. 120.000. Okay, okay, Artisch, hör mal zu, hör mal zu. Mach den Streifen weg. Mach weg, scheiß drauf. Ich krieg doch Farbe, Ben. Mach Farbe, mach Streifen weg. Ich muss Rechnung stellen, Bruder. Ja, mach weg, mach weg, ich zahl das. Ich bin weg, Klerer. Ich krieg die Rechnung. Okay, dann geh mal ein bisschen zur Seite. Farbe, komm mal näher, Bruder. Jürgen, mach mal Platz. Mach den Streifen weg, komm, wir haben hier ein Ferrari, komm. Ja. Warte, ich zahl das kurz. Ja, ich hab wieder so... 210.000. Genau, genau. Hab ich doch gesagt, 210.000. Okay. Ich hab bezahlt. 200.000 gesagt. Nein, Mala, ich hab 200.000. Egal, egal, jetzt mach mal Babyblau. Jetzt ist Martin, ja. Farbe, darf ich dir eine Farbe zeigen, Bruder? Ja, dann zeig mal deine Farbe. Dein Babyblau ist. Mach erst mal Babyblau, wir Farbe. Gucken wir sie nochmal. Bruder, wenn ich jetzt Babyblau mach, dieser Pearl... Boah! Das ist jetzt nur Carbon-Wat. Das ist nein, Mann. Achso, du kannst dich Pearl und so ändern, wahr? Das ist aus dem Frauen-Auto. Perl, guck mal, Pearl ist schon heiß, Bruder. Pearl ist weiß, Bruder. Okay. Weißt du noch diese eine Farbe, die du bei mir drauf gemacht hast? Und so ein ekliges... Welches Leads haben wir? Hat er da Silber gehabt? Meinst du das? Meinst du das? Wala, die hat sich da ausgemacht. Warte, wir gucken Farben durch, Bruder. Schaut gleich Silber. Welche Farbe? Matt Grau hat das jemand? Meinst du das mit Pearl? Ja, ja, ja. Matt Grau kann man es malen. Nee, nee, das ist das Catch nicht. Das sieht ganz anders aus mit dem Pearl. Das ist Eisweiß. Bruder, das hat was... Bruder, der ist ein Mann, Bruder. Nee, das ist halt das. Erst mal Anthrazit. Guck mal, weißt du, was ich hatte, Bruder? Also, wir haben Weinrot, Weinrot, Weinrot. Okay, warte, warte, ich hatte... Ich hab so ein dunkles Bild. Nee, 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 nehmen wir Folie aus. Bruder, das Problem ist, das Problem ist, Rot habe ich schon auf dem Urus, weißt du? Wir finden sie dieses Ziel. Deswegen wäre es gut, wenn wir... Wie finden Sie dieses? Wie finden Sie dieses? Ja, das ist stabil. Das ist der? Weinrot. Warte mal, warte mal. Das sieht auch nicht schlecht aus. Wunder in der Hand was, Bruder. Wenn du Pearl wegmachst... Das hat echt was. Rot, Braun, warte mal. Das sieht doch geil aus, oder? Also, Baru, catch dich das? Bitte? Es sieht geil aus. Welche Farbe, Jungs? Welche Farbe? Bruder, Babyblau sieht nicht so gut aus, ja? Hast du irgendwas mit Braun? Hab ich auch, Bruder. Nee, Braun nicht, Bruder. Braun. Nein, nein, nicht Braun-Braun, sondern so andere Farben an Braun. Warte mal. Ja, Bruder. Ja, Bruder. Ich hab die kommt... Guck mal, hier. Das ist alles Braun-Töne, Bruder. Bruder, das Problem ist, Gold würd ich machen, aber das ist halt OG, weißt du? Das ist dann Fanboy OG. Komm mal zurück. Bronze ist auch geil, Bronze. Oh, mach mal Gipfer, Kupfer. Ja, mach mal Kupfer, mach mal Kupfer. Mach mal Kupfer. Was ist Kupfer? Das ist dunkler. Bruder, die Durchfallgrün. Mach mal die Durchfallgrün von eben. Durchfallgrün? Welches war das? Bruder, du brettest halt OGs weg. Ey, hast du die Mettengrün? Die Mettengrün? Warte mal, warte. 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 Ey, Faurud, sie ist weg oben. Top 5000 kostet. Ne, das Grün hatte ich ja auch schon. Das Grün hatte ich schon. Mach mal dunkelgrün matt. Oh mein Gott, wenn es nur Camouflage geben würde, na? Warte. Oh, ja.